Hallo, ich möchte heute mal ein paar Zitate vortragen, die ich in den letzten Tagen so gesammelt habe. Und ich glaube, aus den Zitaten heraus, ich meine, die stehen schon für sich alleine, ergibt sich schon eine Art Lehre. Also nicht die Lehre mit zwei E, sondern die Lehre mit EH, also dass man daraus etwas ziehen kann. Und ich möchte die jetzt einfach mal vorlesen und während ich das vorlese, vielleicht fällt mir auch noch was dazu ein und das werde ich natürlich dann auch zum Besten geben. Das erste Zitat, was ich toll fand, war Ja, da steckt ganz, ganz viel Wichtiges drin. Und das Wichtigste finde ich die letzten zwei Sätze. Besser richten nach dem Wollen und nicht nach dem Sollen. Ein großes Problem ist, dass viele Menschen Wollen und Sollen gleichsetzen, beziehungsweise das Sollen so stark ist, dass es ihr Wollen überlagert oder sich mit dem Wollen gleichsetzen versucht und es quasi unterdrückt. Und deswegen wissen viele Menschen überhaupt nicht, was sie eigentlich wirklich wollen, weil so viel auf uns einprasselt. Und hier ist der erste Satz auch wieder wichtig. Lass den Trubel gehen, das Gehetze und das Muss. Der Trubel und das Gehetze, die überlagern unser Wollen. Wenn und wir wissen gar nicht mehr, was wir wirklich wollen und wenn wir nicht wissen, was wir wollen, was wir wirklich wollen und nicht das, was wir uns einreden, das wir wollen, weil das spüren wir, das ist nicht echt. Wir finden aber keinen Ausweg, weil wir dauernd den Trubel auf uns einprasseln lassen. Dann werden wir keine souveränen Menschen, keine Menschen, die stabil in ihrem Leben stehen und andere und auch Kinder und Heranwachsende und neue Generationen inspirieren können und ein Vorbild sein können, nach dem man sich richtet. Das nicht vergiftet ist durch das System, was ja angeblich oder so tut, als ob es wüsste, was es will. Aber das ist ja eine Agenda, die nichts mit Menschlichkeit und Empathie zu tun hat, sondern das ist das System, das Finanzsystem, das Geld, die logisch durchdachte Agenda, die den Oberen den Profit bringt und das den Unteren gar nicht interessiert. Also ich denke, man versteht, was ich meine. Das heißt, das ist nicht das Wollen, was uns in eine menschlichere Zukunft bringt, sondern das ist das Wollen, was wir mit dem Sollen verwechseln, was uns eingetrichtert wird, was eigentlich nur der Elite, die dank dieses Systems in diese Position gelangt ist, nützen kann. Und das möchte von den meisten oder ich würde sogar sagen von allen, die diese Videos sehen und sich so etwas anschauen. Das kann nicht das Ziel von diesen Menschen sein. Jetzt kommt ein bisschen längeres Zitat oder eine Art Gedicht, was ich auch sehr interessant finde. Es kommen hier zwei Wörter vor, die kann ich nicht sagen, die piepse ich weg sozusagen mit meiner eigenen Stimme. Also wir fangen mal an. Warum muss ich immer anecken, mich querstellen, andere mit meiner Meinung verprellen? Warum bin ich so ein Esel, nur so entsetzlich stur? Lass mich nicht beirren oder verwirren. Folge meinem inneren Weg, der mich leitet, habe es dadurch oft so schwer. Mir gewiss ist viel Gegenwehr. Ich kann Ohnmacht nicht ertragen, erhebe mein Klagen. Will für mich selbst sprechen, mich nicht ducken, nicht beugen, lass mich nicht brechen. Dabei könnte es doch so einfach sein. Hau dir den Piep rein. Allein um die Piep geht es nicht mal. Alles Auferzwungene ist mir eine Qual. Ich will gefragt werden. Gliedere mich nicht ein in Herden. Schwimme so oft gegen den Strom. Was ist mein Lohn? Ich kann mir in die Augen schauen, die blauen. Ich kann zu dem stehen, was ich sage. Auch zu Fehlern, keine Frage. Nur hinterherlaufen, weil das die meisten so machen, wird Unmut in mir entfachen. Es fühlt sich so falsch an, so entsetzlich verkehrt, nicht wahrhaft bekehrt. Ich will überzeugt werden mit Argumenten, mit Diskussionen, alles beleuchten, Blickwinkel und Situationen. Kann nicht aus meiner Haut zum Kampf gegen Windmühlen verdammt, mein Ziel mir ins Hirn gerammt. Es kommt meist aus tiefstem Herzen, oft verbunden mit Kummer und Schmerzen. Doch aufgeben ist keine Option. Ich bleibe bei der Position, starkköpfige Person. Ich kann nicht anders. Januar 2022 Der Verfasser ist unbekannt, zumindest mir unbekannt, aber ich finde das sehr schön. Was ich daran aber auszusetzen habe, ist, es klingen dort so ein paar kämpferische Worte an. Dieses Kämpfen, das Ziel ist mir ins Hirn gerammt. Es ist verbunden mit Kummer und Schmerzen. Aufgeben ist keine Option. Ich bin eine starkköpfige Person. Das geht mir zum Beispiel zu sehr in die Richtung Kampfverbissenheit. Und das ist auch ein Grundproblem, was viele Menschen haben und auch Menschen, die hier auf einem guten Weg sind, trotzdem noch haben. Denn sie erkennen nicht, dass das Loslassen eigentlich das ist, was uns in die Stärke bringt, in die Kraft bringt. Und nicht das an Dingen festhalten, starr bleiben, für etwas kämpfen. Kämpfen hat immer etwas. Ich kämpfe etwas. Da muss ich einen Gegner haben, einen Feind haben. Und wie oft höre ich in kritischen Kreisen, unser Feind, unser Gegner. Es werden Menschen mit dem Teufel gleichgesetzt. Es wird hier einfach auf der anderen Seite genau mit den gleichen Mechanismen gearbeitet. Und das ist nicht der Weg, der uns da rausbringt. Natürlich ist Aufklärung und Diskussion und Blickwinkel beleuchten wichtig, aber aus einer Lockerheit, aus einer Entspanntheit heraus. Und wenn es einen belastet, dann diese Belastung natürlich auch aussprechen. Man darf diese Energien der Aggression, Wut, Angst natürlich haben und wenn man sie akzeptiert, dann dürfen die auch wieder gehen. Aber das Festbeißen an diesen Energien, um mehr Kampf daraus zu ziehen, das reimt sich sogar, das ist genau der falsche Weg. Sondern aus diesen Energien kann man wieder Kraft für die Bewusstwerdung generieren, für das Hier und Jetzt Leben, für das Loslassen. Das ist ja auch eine Energie, die in einer gewissen Art und Weise kanalisiert werden kann. Ja, das war das, was ich dazu zu sagen habe. Und jetzt noch ein letzter kleiner Satz oder ein paar letzte kleine Sätze, auch in einer Art Gedicht. Ich fange an. Um geboren zu werden, brauchte man zwei Eltern, vier Großeltern, acht Urgroßeltern, 16 zweite Urgroßeltern, 32 dritte Urgroßeltern, 64 vierte Urgroßeltern, 128 fünfte Urgroßeltern, 256 sechste Urgroßeltern, 512 siebte Urgroßeltern, 1024 achte Urgroßeltern, 2048 neunte Urgroßeltern. Also bist du aus zwölf Generationen zuvor bestimmt worden, um heute, hier und jetzt zu diesem Zeitpunkt geboren zu werden. Dies alles brauchte in den letzten 400 Jahren insgesamt 4094 Vorfahren. Jetzt denke bitte nur einen Moment darüber nach, wie viele Kämpfe, wie viele Schlachten, wie viele Schwierigkeiten, wie viel Traurigkeit, wie viel Glück, wie viel Bewusstheit, wie viele Lebensgeschichten, wie viele Hoffnungsäußerungen für die Zukunft mussten deine Vorfahren durchmachen, damit du in diesem gegenwärtigen Moment existierst. Verstehst du? Weißt du nun, wer du bist? Du bist das Ergebnis des Gesamten. Du bist der Tropfen, der den Ozean bildet. Sie zählen alle auf dich und sehen dein Licht. Sie wissen, dass du es schaffst. Also denke immer daran und bleibe so selbstsicher, wie du es noch nie zuvor warst. Du wirst alles verändern. Lass dich nicht mehr ablenken. Denn dies passiert nicht ohne Grund. Und weil du nicht ohne Grund hier bist. Und weil das so schön ist, will ich es hierbei belassen. Weil das am schönsten wirkt, ohne Interpretation. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.